Bhagavad Gita, Vers 3.40 Die Sinne, der Geist und die Intelligenz sind die Wohnstätten dieser Lust, die das wirkliche Wissen des Lebewesens verschleiert und es verwirrt. Erklärung Der Feind hat verschiedene strategische Punkte im Körper der bedingten Seele besetzt und daher weist Shri Krishna auf diese Stellen hin, damit derjenige, der den Feind besiegen will, weiß, wo er ihn finden kann. Der Geist ist das Zentrum aller Sinnesaktivitäten und somit die Quelle aller Pläne für Sinnenbefriedigung. Als Folge werden Geist und Sinne zu Sammelplätzen der Lust. Daraus ergibt sich, dass die Intelligenz zum Hauptort solch lustvoller Neigungen wird. Die Intelligenz ist der unmittelbare Nachbar der Seele. Die lustvolle Intelligenz beeinflusst die Seele, das falsche Ich anzunehmen und sich mit Materie und daher auch mit Geist und Sinnen zu identifizieren. Die Seele verfällt dem materiellen Sinnesgenuss und hält diesen fälschlich für wahres Glück. Diese falsche Identifizierung der Seele wird sehr schön im Srimad Bhagavatam erklärt. Ein Mensch, der seinen Körper, der aus drei Elementen geschaffen ist, mit dem Selbst identifiziert, die Nebenprodukte des Körpers für seine Verwandten hält, sein Geburtsland als verehrenswürdig betrachtet und nur zu einer Pilgerstätte geht, um dort ein Bad zu nehmen, anstatt Weise mit transzentalem Wissen aufzusuchen, muss als Esel oder Kuh betrachtet werden.